So, hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play FCO X. Nun kommen wir zur Königsdisziplin und zwar den Joker Cutter. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Also ich muss mich bei euch entschuldigen, an dem Moment habe ich echt eingeschlafen, sozusagen. Da war ich irgendwie abgelenkt mit mir selber. Also wirklich Leute, lacht nur, aber das ist wirklich so passiert. Da mache ich keine Witze. Hey, war Wettnern über mich selber? You got push power! Wie laut sein Name nochmal? Ach ja, schon Tanaka. Hab ich dann ihn mal, Johnny. Ja, so fang mal. Ja, so fang mal. Ja, so fang mal. Ja, schau mal. FINISH! FULL SPACE! Danke Captain Falcon für deine Hilfe! For your support! Nun kommen wir weiter zum Devil's Forest 3 Er wiegt nur 900 Kilo Also 150 Kilo schwerer als die Goma Brüder Und los gehts! Diese Strecke wird er ja wohl schwer meistern Ihr habt ja wohl schwer! Wie lange dauert das? Das kommt wirklich los! Ja, ihr habt ja wohl beeintenанные Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 What's the best? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. What's your last? What's the best? 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 Fynnig! 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 Also das Rennen habe ich schon für mich entschieden! Nun muss ich im Big Hand überleben! Also wir zählen auf dich, Johnny! 3, 2, 1... Und ab geht's! Binnen! 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 Höndaier Das war's für heute. Gigato Power! Das war's. 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 Und... Und... Ciao. Das war's. Das war's.